Liebe Fassfreunde, heute werden wir zusammen mit Coach Chris Lee den Gewinner unserer Facebook-Aktion Aus Eis mit Fälle ziehen. Dabei darf der Gewinner am Sonntag in der O2 World zusammen mit Sven Felsky den ersten symbolischen Bulli durchführen. Coach, freust du dich auf Sonntag? Natürlich, es wird schon ein Riesenspaß sein für die Jungs, für die Mannschaft, für die Vereine und für die Eisbären und Eishockey in Berlin im Gesamt. Alles klar, dann darfst du jetzt den Gewinner ziehen. Dann mache ich. Ich bitte darum. Marvin Butcher. Jetzt haben wir also den Gewinner, Marvin Butcher. Du bist am Sonntag dabei, darfst aufs Eis mit Fälle und den ersten Bulli durchführen. Wir freuen uns auf dich. Viel Spaß am Sonntag. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020